Willkommen zurück zu Let's Play A Way Out. Wir sind zurück. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben vor diesem Tor, vor diesem Haus. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir da durch und schauen wir mal, was uns da so erwartet. Wir sind in der Klasse. Ich kann nicht so gehen. Ich mag es nicht. Es ist besser, sie aus dem Haus zu holen. Was hast du in mir? Siehst du das Barsch da? Ja. Wir verlassen die Hörer. Wir verlassen die Hörer. Wie wird das helfen? Vertraue mir. Sie werden sie geholfen, sie zurück zu holen. Ich weiß nicht. Wir müssen ja nicht jemanden da fesseln oder umhauen, nur weil wir andere Klamotten wollen. Oh ja. Wie wirst du wissen, dass sie Hörer haben? Es ist eine Hörerbarn, Leo. Was sollen sie noch haben? Aber trotzdem, du klingt so sicher. Ich meine, sie könnte auch leer sein. Hörst du das? Ja, ich mache das. Ganz kurz. Eins, was ich... Was ich gesehen habe. Hier. Voll die Cutie. Ganz deiner Meinung. Und da ist er leider am Baum. Ah, cool. Wie gesagt, Legends ist die Passage, die ich gespielt habe. Ich keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber wie wäre es denn, wenn du das hier hochstellst? Ja. Das macht Sinn. Schau da. Da ist schon der... Da ist schon der... Ja. Da ist schon... Bei mir stand schon der gelbe Bobbel. Zum leider hinstellen. Ja. Ja. Aber sieht ein bisschen gewagt aus hier. Ja. Aber hat oben einen Haken dran, also hält. Ach so. Ja, okay, gut. Die Haken habe ich nicht gesehen. Dann lassen wir mal die Haken frei, ne? Ja. Da sind die Haken. Ich bin nicht sicher über das, aber lassen wir sie rausziehen. Hier geht's, Mann. Lass uns die anderen Haken rausziehen. Ja. Ich glaube, wir werden sie so nicht rauskriegen. Ja. Ist da noch eins? Ist da noch irgendwie hier? Ja. Ich glaube, das waren die drei. Es ist lockt. Ich kann es nicht öffnen. Es scheint, dass diese Lampen kaputt ist. Mal schauen, ob ich es funktionieren kann. Ich habe die Lampen repariert. Ich frage mich, ob ich ein Haken mit dem. Vielleicht ist es zu viel. Was ist denn bei dir los? Riesenhammer. Was ist das? Nein. Das wird nicht funktionieren. Hm. Nein. Das wird nicht funktionieren. Okay. Dann muss es noch irgendwas anderes geben. Weil mir die Tür hier geht nicht auf. Ah. Komm mal hier hoch. Ah, okay. Das könnte genug Ruhe machen, um die Haken zu schrauben. Hey, Herr. Ich brauche dich. Aber ich brauche dich als Hilfe. Ja, aber wir haben sie halt anlockt, ne? Okay. Dann mal ab ins Haus. Umziehen und danach zum Truck gehen. Also erstmal rumziehen. Soll ich Rasen mähen? Nein. Ich suche gerade einfach was anderem. Wahr. Ja, gehen wir mal rein. Warte. Oh, man kann auch hinten zum Fenster rein. Das hätten wir wahrscheinlich gemacht. Oh, kannst du Klavier spielen? Oh. Oh. Das Bier muss für lange Zeit abgestandene Bier. In der Pfanne in der Bratwurst. Ich kann den Abwasch machen. Woah. Schön. Ich kenne einfach. Ich habe einfach einen Keks gefüttert. Ich kenne einfach. Ich habe einfach einen Keks gefüttert. Ich kann nicht glauben, dass diese in Kriege verwendet wurden. Das ist nett! Alter, was? F***! Ich hab die Waffe von der Wand genommen, was passiert jetzt, wenn ich jetzt RT drück? Schießt du dann damit? Ich wusste es. Es ist nur dekorativ. Oh, ja! F***! Hm, smells amazing. Ja, smells pretty damn good. Dammit! Boll! F***! Nice! F***! Wow! Vielleicht sollten wir ne Band auch machen. Ah, oder auch nicht so. Ah, oder auch nicht so! Ja, oder auch nicht so. Oh D****! F***! Du weißt nicht! Du weißt nicht! Na, ich geb's auch. Egal, ich hab 60. Egal. Ja, ich komm mal zu dir hoch. Ja. Du hast immer noch die Begriffe. Du bist total selbstverliebt. Ich hab nie wirklich einen Hattmann. Ach, schade. Also ich hab nen Kleiderschrank gefunden. Lass uns Kleidung machen. Okay. Also ich geh mal zuerst rein. Ich hab ne Nähmaschine gefunden. Ich hab ne Nähmaschine gefunden. Ich kann's Gartenhaus fertig bauen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, das würde gut gehen. Und der Schotkonin kommt in Hand. Guck mal. Also ich komm mit ähm, ich geh ohne nichts rein. und komm mit Schrotflinte und neuer Kleidung raus. Finde ich nice. Kann man mal machen. Find ich nice. Und der Witz ist, der hat hier ja vorhin seinen abgelegt. Das ist so genial. Ja. Ich hab so das Gefühl, Vincent steht auf geile Hemden. Im Intro das Geblümte. Jetzt schon wieder so eins. Ja, der hat Ahnung. Ich kann mich nicht mehr erinnern, das letzte Mal, dass ich einen Kuchen hatte. Hast du auch eingegessen? Ich auch. Ja. Ja gut, dann gehen wir mal zum Truck. Ich schau mich mal noch ein bisschen um. Ah, guck mal. Hufeisen werfen. Uuuuhh. Wuuuhh. Wuuuhh. 100! 20! Es ist kein Weg, dass du das betrachtest. Nicht schlecht. Zu hoch. Zu hoch. Zu hoch. Zu hoch. Niedrig. Du hast mich mehr probieren. Es ist kein Weg, dass du das betrachtest. Du mit 2, 3, 4 rmos. Warlight an! Heff! Erstmal, wiederes. Halt eine Jonze. Halt нее, hast du recht Glück oder anderen imaginar. Haush! Ja? Ich hab Feste gebrochen, du. Gott sei Dank. Ein perfektes Ball. Was ist denn du dabei? Sprit! Vincent, komm hier und hilf mir raus. Okay, komm schon. Ich hoffe, dass ich meine Wagen nicht riss. Oh mein Gott, das ist ein Stück von Blut. Es ist nicht so schlecht. Was bedeutet, es ist nicht so schlecht? Hey! Es ist sogar ein Fahrrad. Nein, ich bin sicher, dass es hier irgendwo ist. Ich weiß nicht, Mann. Es ist nicht so, dass wir eine Wahl haben. Es ist sicher, dass er auf dem Fuß geht. Lasst uns das abziehen und wir werden hier nicht weg. Okay, gut. Gut. Dann schauen wir mal. Hebeeisen. Also. Probieren wir das Auto. Bereits, Leo? Aber das Anheben bringt uns halt jetzt nichts. Ja. Ja. Also wir brauchen, wir brauchen Reifen. Ja. Dann, ähm... Ich hab das Radkreuz schonmal gefunden. Ah, okay. Es scheint, wie es aus dem Gas ist. Okay, also. Okay, dann tank du mal nach. Ja. Ich geh mal hier hochgucken. Hey, da ist ein Motorrad auf der anderen Seite des Barren. Ah. Oh. Okay. Ich brauch dich dann hier oben. Okay. Der Tank ist voll. Was ist das? Der Tank ist voll. Und wir brauchen jetzt... Wir brauchen... Irgendwie... Strom. Ja. Auf jeden Fall, den Reifen hab ich gefunden. Ich brauch nur dich, sonst komm ich nicht hin. Okay. Also gut. Aber bitte nicht hängen lassen. Es wär fies. Oh Gott. Gleich hast du's. Gleich hast du's, mein Freund. Gleich bist du da. Oder auch nicht. Und jetzt... Nein. Nein, warte, warte. I'm hanging around. Sag mal... An nem Haken. Oh, jetzt... Okay, jetzt tu dich zurück. Menö. Lass ich dir jetzt mal rüber. Das war... Das war... Ne, aber das war's mir jetzt wert. Ja. Aber was der für Armmuskeln hat, du Legumi, oder dass der da so lang abhängt? Ja, für den ist es halt eben nur abhängen, Yannick. Du sagst es. Vermutlich. So. Ich hätte da was im Angebot. Schmeiß den einfach so runter. Ja, ich werf meine Autoreifen auch durch die Gegend. Und nicht. Nee. Zumindest nichts von... ...nem Scheunenteil runter. Und du machst es fest? Ja. Okay, jetzt müssen wir nur die Stutzen anziehen. Ach, jede einzelne anziehen. Ja, aber nur drei von den fünf. Okay. Ja klar. Ja klar. Alles gut. Nimm's raus, nimm's raus, nimm's raus. Nimm's raus. Ja. Ja, bin schon dabei. Gut. Great. Die Fahrer hat vier Radar jetzt. Das ist ein guter Start. Okay. Die Batterie müssen wir noch aufladen. Der Traktor hat Saft. Der Traktor hat Saft. Machst du? Ja. Ich frag mich, wie haben die das mitgekriegt, dass sie hier sind? Hier, ich werde gut sein. Verrückte Scheiße! Oh Scheiße, aufhör dich! Du wirst dafür bezahlen! Komm, los, los! Komm, los! Komm, los! Komm, los, los, los! Ja, ich wollte gerade sagen, die anusiniert die ganzen Waffen. Oh, fuck, die muss ich... Ja, muss ich jetzt fahren? Oh, oh. Oh nein. Oh, oh. Oh nein. Oh, oh. Eines zeig ich dir alle, das ist schwierig. Na, dankeschön. Hey, Basen! Wir haben Körpers kommen, steig auf da! Was? Du darfst schon ein bisschen rumpölern. Die ganze andere aus. Ach, man, oh. Äh... Kannst du diesen Scheiß noch schneller gehen? Just sitz, Leo! Du wirst wegfallen! Okay, hier geht's! Ah, ha! Hier kommen sie! Halt auf da! Die Böse, die ich stehe, Mann! Ich gebe sie auf unsere Bands! Ich glaube, einfach mal penetrant auf der Hupe dann auf den Platz gemacht. Sorry! Woah! Hier wäre es leer! Ooh! Los, das zugebeln! Woah, woah, woah! Oh wow, наверное, Ösehlep. Wow Oh fuck Komm mal wieder rein da Hilfe Ich kann gar nicht so nach dir gucken Because ii grad echt gucken muss Das ich die Farbe hinbekomme Was, Du musst noch nicht nach mir schauen Schaut auf einen Strand ja nicht Fahr auf Auf dem Weg Oh, wow, 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 wow! Oh, Tod müssen wir mal kacken. Wow, 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 wow! Alter Achtung Oh Oh Alles klar Vor allem, dass unser Auto noch lebt Oh Dass unser Auto überhaupt noch fährt Ach du Scheiße Sag mal, wie viele Polizisten haben die denn? Die schicken noch nicht 500 Autos hinterher Oh Scheiße Oh wow 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 Oh klasse Ja dann lauf, 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 lauf Lauf Das Boot, das Boot Das, ein Ruderboot Ja Okay Ah, bin schon da Rein da Alter, hey Huh Also der Part könnte ein bisschen länger gehen Ja Egal Okay Also Also Hey Vincent Ja Ich glaube ich habe etwas im Wasser gesehen Es ist wahrscheinlich ein Fisch, Leo Was meinst du? Es gibt keine Fisch in diesem Wasser? Wie wirst du das? Es ist ein Fisch Du bist ein cleverer Typ, Leo Ja Ja Ich habe wirklich etwas gesehen Ja Probably ein Fisch Ja Whatever Ein Fisch Probably ein Salmon Du wirst du? Du könnte es sein Du könnte es sein Du bist ein Crocodile Ja? Ich mag nicht Crocodile Ja Dann Ja Schau dann Hey Vincent Ja Du denkst du da sind In diesen Walden? Ja 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 Ich glaube ich glaube das Geh nach rechts Geh nach rechts Geh nach rechts Oh oh Das ist nicht so toll Geh nach rechts Jetzt aber nach rechts Nach rechts Ja 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 Ah bleibst du? Ok dann gehst du Bei starken Kurven Wir gehen gerade aus Wir gehen gerade aus Jetzt aber Oh 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 fuck Oh fuck Es reicht Es reicht Jetzt nicht mehr War nicht so schlimm Oh fuck Das wird hässlich Das wird versammelt Schnell Aua Shit 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 Wohin? Da geradeaus Nein Aua Aua Fuck Fuck Shit unser Boot Unser Boot Unser Boot Fuck 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 Upsala Das war nicht so Nein Wir gehen gerade von vorne Scheiße hin Ok aber nicht ganz von vorne Nee nee nicht ganz Aber 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 Ok ok Wir müssen reden wo wir hinwollen Nach links Nach links Ja Nicht auf den Stein zu Ja Klasse wir fahren seitlich da können wir halt nicht mehr lenken Ja nur noch grad so also Alter meine Fresse Oh Oh noch Hange Nein, nein, nein. Warum? Da können wir doch gar nichts tun. Es ist einfach so richtig dumm. Du kannst gegen manche Felsen, du kannst absolut gar nichts tun. Ja. Genau, genau! Was ist denn zu dir, meine? Rechts, weil gefühlt ist, es geht eine Rechtskull viel leichter, wenn das Gewicht leicht mehr verteilt ist. Ja. Ja. Das Spiel...oh ff! Nein, 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 wow . Du Scheiße! ...warte...woah, warte fuck! unser Boot hey lol wir haben überhaupt keine Chance irgendwas zu machen wir fahren rückwärts was wir haben uns einfach gedreht und rückwärts gefahren ach du scheiße das wird ja noch was nachdem auf der feld voll drauf hat aber kaum Schaden gemacht genau da ist es wie ein Pulse der hier in Black Flag wenn du Seiten drauf drückst dann kriegst du keinen Schaden nur wenn du frontal drauf frisst gute Hitboxen oh oh Alter, Alter, Alter ich kann davon nichts tun ach du scheiße oh nein oh fuck oh klasse oh nein wow wow ach du scheiße ja ich bin doch schon dabei wow ist halt nicht ganz so einfach wow nice catch ja hui du okay ich bin okay ich bin okay ja so 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 ja look ich weiß 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 aber ich gehe nach ihm mit oder ohne dich du 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 waf du w future du 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 woi du 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 A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. It's all there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over now. It's nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. The next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. Hmm. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really wanna take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. Alright. Where can we find this Ray guy? Don't worry. He's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Tja, der HW wird mir immer sympathischer. Ist ein richtiger Wonnebrocken, der Typ. Coolster Typ ever. Don't go too far, Alex. Mom? Mom! What is it, honey? What's wrong? Oh, shit. Alex? Alex! Leo, can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. All right. Keep an eye out for my family. It's a woman and a boy. About this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. Life looks rough out of here. You got that right? Never actually set foot in a place like this before. Oh yeah? Mr. Fancypants with a college degree and a banking job? Not like any of that helped. I'm here with you now. You should be happy. I'm great to be around. Keep telling yourself that. Anyway. Let's find your family.